Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schoseinpour. Kian, heute ist Ostermontag. Auch dir und der ganzen Gemeinschaft da draußen, fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern, es ist auch der 1. April und gleichzeitig ein Tag, der für viele Leute in Deutschland groß gefeiert wird. Nicht wegen Ostermontag, nicht wegen dem 1. April, sondern ab heute ist der Joint legal quasi. Hanf ist freigegeben. Erwachsene können ab heute legal Cannabis besitzen und konsumieren. Denn das sogenannte Cannabis-Gesetz tritt genau ab heute, dem 1. April, in Kraft. Das ist kein April-Scherz, das ist tatsächlich der Fall. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ja, schreibt euch uns das gleich mal hier am Anfang rein. Wir werden heute mal ein paar Fragen stellen an die Community. Es werden ja sicherlich einige von euch gelegentlich kiffen oder öfters oder wie auch immer oder gar nicht. Schreibt das mal rein. Wie empfindet ihr das Ganze aus den unterschiedlichsten Perspektiven? Also ich finde das wirklich interessant auch von Menschen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben Cannabis konsumiert haben. Was haltet ihr davon? Was die Legalisierung angeht, das ist ja im Endeffekt ein libertäres Gesetz. Der Staat lässt den Bürgern, man muss sagen, noch mit einigem Regelwerk, aber das gehört wahrscheinlich in Deutschland dazu, mit einigem bürokratischen Aufwand, lässt er ihm doch die Wahl und entkriminalisiert den Konsum in Deutschland. Und wir wollen uns dieses ganze Thema heute mal genauer anschauen. Das ist schon sehr interessant, wie das freigegeben wurde und vor allem das Pro und Contra zu dieser ganzen Sache beleuchten. Was bringt das für sich? Welche Vorteile hat es? Und welche Nachteile hat es im Zweifelsfall auch? Und es wird mit Sicherheit auch Nachteile haben. Genau, ganz kurz noch zu erläutern, wer jetzt nicht eingeweiht ist, wer auf den drei Plattformen TikTok, Instagram und YouTube jeweils einen Account aufmacht, die Kurzclip-Videos unter dem Hashtag Hoss und Hopf laufen lässt und die in dem jeweiligen Monat über eine Million Clips erreichen, der ist automatisch an unserem Kurzclip-Wettbewerb daran beteiligt und profitiert dann an einem Pot von 2500 Euro. Genau. Ich würde sagen, das Thema ist super spannend, weil es gibt hier viele Dinge, die man betrachten kann in Richtung Pro und Contra. Einmal das Gesetz an sich. Was ist positiv daran, dass es legal ist oder nicht legal ist? Und dann grundsätzlich Cannabis. Der Konsum von Cannabis ist ja auch nicht ganz frei von Nebenwirkungen und bringt auch durchaus Risiken mit sich, die der ein oder andere auch vielleicht schon in seinem persönlichen Kreis miterlebt hat. Und wir wollen uns beides mal anschauen. Aber ich würde sagen, Philipp, fangen wir erst mal an, vielleicht auf Cannabis einzugehen. Cannabis ist nämlich eine Pflanze, die auch als Marihuana oder Hanf bekannt ist. Auf Wikipedia steht dazu, Hanf zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Erde. Die einzelnen Bestandteile der Pflanze, Fasern, Samen, Blätter, Blüten, werden ungenauerweise ebenfalls als Hanf bezeichnet. Aus diesen Pflanzenteilen können, je nach verwendeter Art der Gattung, verschiedene Produkte hergestellt werden, Seile aus den Fasern der Stängel, Speiseöl aus den Samen, ätherisches Öl aus destillierten Blättern und Blüten, sowie Haschisch und Marihuana aus getrockneten Blättern, Blüten und Blütenbeständen. Hanf gilt vielfach als Rauschdroge. Anbau, Vertrieb und oder Besitz sind in vielen Ländern illegal oder nur eingeschränkt zulässig. Und ja, das Wichtige dabei sind die zwei zentralen Wirkstoffe. Einmal THC, der ist der bekanntere der beiden Wirkstoffe, ist psychoaktiv und verursacht das High-Gefühl. Und dann Cannabidiol, CBD, ist nicht psychoaktiv und wirkt für verschiedene medizinische Zwecke verwendet. Genau, und CBD kennen ja viele, das ist ja das, was es jetzt schon in den letzten Jahren gab, sämtliche unterschiedlichste CBD-Produkte und das kann durchaus auch positiven Einfluss haben, kann das Gemüt beruhigen, kann scheinbar auch den Fokus etwas schärfen. Was ich interessant finde, wer sich mal ein bisschen länger mit Cannabis beschäftigt oder schon beschäftigt hat, Ich habe das früher viel gemacht, einfach, wo ich noch deutlich mehr gelesen habe und Zeit hatte und wir können ja gerne später mal über unsere eigenen Erfahrungen sprechen mit Cannabis und wie wir das heute auch sehen, wie wir da mit einer gewissen Lebenserfahrung nun heute dahinter stehen. Henry Ford, der das Ford-Automobil und die Marke Ford gegründet hat, hat damals aus Hanf eigene Auto-Chassis erstellt, also die Grundstruktur des Fahrzeugs aus Hanf, das gepresst wurde und das soll damals sehr, sehr, sehr fest gewesen sein und sogar andere Vorteile mit sich gehabt haben, gegenüber beispielsweise Aluminium oder Stahl, das man damals genutzt hat. Und da gibt es viele Theorien darüber, warum es dann kriminalisiert wurde, während man gleichzeitig Alkohol und Tabak legal gelassen hat, die, ich würde sagen, das kann man so behaupten, nachweislich für hunderttausende Tote jedes Jahr verantwortlich sind, weil das möglicherweise einen wirtschaftlichen Hintergrund hatte damals, weil Hanf eben auch eine sehr, sehr wichtige Nutzpflanze war, aber eben in Konkurrenz auch mit anderen Werkstoffen gestanden hat. Also es ist eben nicht nur, Hanf ist nicht nur interessant, um damit sich zu berauschen, also mit dem Wirkstoff THC, sondern wie gesagt, beispielsweise Hanföl ist ein supergesunder Stoff, der Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren in einem sehr guten Verhältnis hat. Hanf selber kann man sich ins, also die Hanfsamen kann man sich ins Müsli reinmachen oder so. Das ist eine unglaublich versatile Pflanze und wie ich meine, eine sehr wichtige Nutzpflanze, die wir haben. Interessant ist auch, dass Cannabis in Deutschland als medizinisches Allheilmittel galt und bis 1929 sogar vollständig legal war. Das wissen die wenigsten. Und auch in Sachen Verwendung von Cannabis, beispielsweise 2800 Jahre vor Christus wurde es in der chinesischen Medizin verwendet und im Arzneibuch des Kaisers Shen Nung aufgeführt. wurde damals auch zur Behandlung verschiedener Gesundheitsprobleme verwendet, wie Depression, Asthma interessanterweise und Arthritis. Und auch in vielen alten hinduistischen Texten wird Cannabis als heilige Pflanze verehrt. Also, Cannabis hat eine sehr, sehr lange, alte Geschichte und heutzutage gibt es viele verschiedene Sorten und Züchtungen und es wird eben, ja, es kann durch Rauchen, Essen, Verdampfen, konsumiert werden, hat auch medizinische Verwendungszwecke. Seit 2017 wurde Cannabis ja auch in Deutschland auf Rezept erlaubt, wegen der medizinischen Verwendungszwecke, beispielsweise Schmerzlinderung bei chronischen Schmerzen, Linderung von Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapien, Reduzierung von Muskelkrämpfen bei Multiple Sklerose, Verbesserung des Appetits, auch beispielsweise bei Krebspatienten. Ich würde sagen, da ist also die, die Zulassung bisher, so wie ich das mitbekommen habe, war sehr erschwert für medizinische Patienten. Du musstest also schon viel in der Allgemeinmedizin, viele pharmazeutische Produkte, Schmerzmittel genutzt haben, die bei dir nicht funktioniert haben, bis du dann die Erlaubnis bekommen hattest, Cannabis zu nutzen, was ja wiederum im Vergleich mit vielen pharmakologischen Schmerzmitteln, die rein chemisch sind, deutlich weniger Nebenwirkungen hat. So habe ich das, wenn ich Reportagen darüber gesehen habe und so, Menschen, die eben beispielsweise in Dokumentationen das kommentiert haben, die haben gesagt, da musste erst viel passieren, bis man das freigegeben hat. Und ich meine, das Anwendungsgebiet ist noch in so viel mannigfaltig und breiter. Als Beispiel, meine Mutter hat sogenanntes Restless Leg, das Restless Leg Syndrom. Das heißt, nachts fängt manchmal ihr Bein an zu kribbeln. Das fühlt sich an, wie wenn da tausend Ameisen drüber laufen würden. Und ich habe ihr vor Jahren mal, sie hat unglaublich viele Medikamente genommen. Ich habe ihr vor Jahren mal etwas Cannabis mitgebracht. Auf jeden Fall, sie hatte das damals einmal probiert und es hat ihr gesagt, sie hat gesagt, sie hat die Nacht, sie wachte dann damals immer nachts auf, wegen diesen Kribbeln und sie hatte dann die Nacht komplett durchgeschlafen. Anderes Beispiel, Menschen, die unter Magersucht leiden, die also nichts essen, immer dünner, immer dünner, immer dünner werden und sich auch immer einbilden, sie hätten keinen Hunger. Das ist ja ein Teufelskreis. Bei denen kann das sehr helfen, da es ja eben den Appetit so stark anregt. Und die meisten Leute, die schon mal gekifft haben, werden das wissen, dass wenn man die richtige Art von Cannabis konsumiert hat, dann kriegt man erstens mal einen starken Hunger und die Geschmacksknospen und die Geschmacksknospen sind sehr, sehr stark angeregt. Das heißt, man würde sich am liebsten den gesamten Kühlschrank leerräumen und es schmeckt einem auch noch richtig, richtig gut. Das ist also, so wie ich das sehen würde, prädestiniert auch für Menschen, die an Magersucht leiden. So, jetzt haben wir viel über die positiven Aspekte geredet. Es gibt auch viele Nebenwirkungen, Folgen, die langfristig auch schädlich sein können, wenn man Cannabis konsumiert. Das Erste, was die meisten wahrscheinlich wissen, Antriebslosigkeit bei Cannabiskonsum, Müdigkeit. Viele haben Schlafprobleme in dem Sinne, dass sie vielleicht auch gar keine Erholung durch ihren Schlaf haben. Andere haben starkes Schwitzen, Gefühlsänderungen, wie beispielsweise Reizbarkeit, Lethargie, dass man keinen Bewegungsdrang hat, auch hier Richtung Antriebslosigkeit und Müdigkeit, verdrängen dann ihre Probleme. Viele, bei vielen verursacht das Gedächtnisprobleme, Paranoia, Verwahrlosung, Psychosen teilweise und leider auch durch diesen Heißhunger können Essstörungen passieren und eine Suchtverlagerung. Man hört quasi mit dem einen auf, fängt mit dem anderen an und viele haben auch das Gefühl, sie verschwenden durch den Konsum ihre Lebenszeit. Ja, also ich meine, diese Dinge gibt es alle und dazu gerne dann mehr, wenn wir mal darüber sprechen, was wir selbst persönlich davon halten. Das sind ja jetzt alles mal einfach bekannte Dinge. Alles hat Pro und Contra und ich stehe dieser Sache grundsätzlich auch nicht mehr so positiv gegenüber, wie noch vor ein paar Jahren. Da hätte ich absolut legalized und ich war voll dabei und habe selber auch teilweise recht viel Cannabis konsumiert, also viel, auch nicht täglich, aber ich habe halt öfters mal gekifft und sehe das doch heute mit einer anderen Sicht, einem anderen Alter, mit meiner Lebenserfahrung, sehe ich das doch durchaus anders, als ich das damals noch getan habe. Vielleicht wäre es aber mal ganz wichtig, Kian, mal wirklich darauf einzugehen, was haben die denn da in der Politik jetzt gemacht? Also welche Gesetze wurden denn beschlossen? Wie ist dieses Cannabis-Gesetz denn zusammengesetzt? Wenn wir uns mal das Ganze etwas aufgegliedert anschauen und beispielsweise mal starten mit den Mengen. Welche Mengen sind denn erlaubt? Zitat hier, maximal 50 Gramm getrocknetes Cannabis dürfen Konsumenten zu Hause besitzen. Was ich schon, das ist schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Unterwegs im öffentlichen Raum darf man 25 Gramm mit dabei haben. Der Stoff darf nur für den Eigenkonsum genutzt werden. Eine Weitergabe an Minderjährige wird streng bestraft, genauso wie der Handel mit der Droge. Die Cannabis-Clubs, das sind Vereine, die den Anbau organisieren, dürfen im Gesetz zufolge maximal 25 Gramm der Droge pro Tag an ihre Mitglieder ausgeben und maximal 50 Gramm pro Monat. Das wären dann zwei 25 Gramm Tagesdosen, die ausgegeben werden und dann ist Schluss. Für junge Mitglieder zwischen 18 und 21 Jahren gelten andere Regeln. Sie erhalten höchstens 30 Gramm im Monat. Bei ihnen gibt es auch eine Begrenzung für den Gehalt des Rauschmittels und zwar den THC-Gehalt. Dieser darf nicht über 10 Prozent liegen. Okay. Das ist schon mal interessant. Man muss dazu wissen, die Leute dürfen ja auch selber anbauen. Deswegen, 50 Gramm hört sich jetzt, da denken sich die Leute, das ist ja mal ein ordentlicher Bag. ja, aber auf der anderen Seite, wenn du selber anbaust und hast Pflanzen zu Hause, ja, dann musst du ja auch eine gewisse Menge, wenn du dann erntest, vor allem, wenn die Ernte feucht ist, das könnte ja schon zu Problemen führen. Gehen wir mal irgendwie davon aus, Polizei kommt bei dir rein, Hausdurchsuchung. Du hast jetzt gerade deine Ernte gemacht, die Erntemenge ist noch feucht und damit wiegt sie deutlich mehr als die getrocknete Menge später, die für den Konsum genutzt werden kann. ja, da könnte es durchaus Probleme geben und es könnte auch durchaus mal sein, dass wenn man drei Pflanzen hat und die sind sehr ertragsreich, dass da eine höhere Erntemenge als 50 Gramm rauskommt. Ich finde besonders interessant diese zweistufige Aufteilung, weil es sind nicht nur Erwachsene, die dann eine gewisse Grenze haben, Schwellwert, 25 Gramm pro Tag von diesen Cannabis-Clubs, sondern zwischen 18 und 21 andere Regeln, 30 Gramm im Monat, viele wissen das, das wahrscheinlich Problematischste beim Cannabis-Konsum ist der Einfluss während der Entwicklungsphase des Gehirns und die kann ja bis zum 25. Lebensjahr andauern. Das heißt, hier wäre das wahrscheinlich wissenschaftlich sinnvoller gewesen, das etwas höher anzusetzen, wie ich meine, oder gar nicht anzusetzen. Ich verstehe dieses Gesetz mit drei Jahren nicht, das ist dann einfach nur noch mehr Bürokratieaufwand in dem Sinne, ohne wirklich da effektiv auf die Wissenschaft einzugehen. Aber gut, ich würde sagen, gehen wir in Richtung Erwerb. Das ist jetzt nämlich das Nächste Interessante. Wie wird das erworben? Es gibt zwei Möglichkeiten, in Zukunft legal an Cannabis heranzukommen. Zum einen können Erwachsene selbst anbauen, hast du ja auch gerade erwähnt, Philipp, deshalb die Grenze mit 50 Gramm zu Hause für den Eigenkonsum, die höher gesetzt ist. Drei Pflanzen dürfen zu Hause gezüchtet werden. Zum anderen kann Cannabis legal über Anbauvereine, sogenannte Cannabis-Clubs, in begrenzten Mengen bezogen werden. Haben wir auch gerade genannt. 30 Gramm im Monat von 18 bis 21 und ansonsten 25 Gramm am Tag von den Vereinen. Vorausgesetzt, man ist Mitglied in dem Verein. Das ist eine interessante Geschichte dazu, Kian. Wir sind in letzter Zeit, also über die HKZM, ich würde sagen, ich kenne die jetzt genaue Zahl nicht mehr, aber so zwischen 5 und 8 unterschiedliche Angebote haben wir erhalten für die Bewerbung von sogenannten Cannabis-Clubs, teilweise aus Brandenburg, teilweise aus anderen Orten. Ich erinnere mich aber, dass das größte Projekt eines Cannabis-Clubs, die haben uns halt immer gefragt, ja, wollt ihr Werbung für uns machen, weil das jetzt halt der Markt schon gepusht wird und die wollen halt einfach Marketing betreiben. Das war eine ehemalige NVA-Anlage, also aus der DDR eine militärische Anlage, ziemlich groß in Brandenburg im Wald. Da hatten die ja riesige Fabrikgebäude, auf den Dächern der Fabrikgebäude standen Solaranlagen und dadurch sollte der Strom generiert werden, der wiederum gebraucht wird, um die Lampen, ja, um die Lampen am Laufen zu halten, die wiederum die Pflanzen zum Wachsen bringen sollten, ja, das ist ja schon recht stromintensiv, die brauchen sehr viel Licht, die Cannabis-Pflanze und, also, vielleicht gleich vorab, wir haben das alles abgelehnt, ja, aber nicht, weil ich jetzt sage, das ist unmoralisch oder so, sondern weil es einfach für uns nicht interessant ist, irgendwelche Cannabis-Projekte zu unterstützen, aber man sieht, dass da auf jeden Fall sehr viel Bewegung ist an diesem Markt, also diese Vereine, die, das sind durchaus Großprojekte mit einigen Millionen Euro Investitionskapital, die sie in ihre Betriebsstätten reinstecken, das sind also, die sind so groß, da kannst du, das sind ganze Hallen, wo du durchlaufen kannst, wo du durchlaufen kannst, ich kann mir vorstellen, dass da werden tausende Pflanzen aufgezogen. Interessant finde ich, dass im Cannabis-Sektor ja viele Aktien drauf hochgesprungen sind, obwohl der gewerbliche Handel untersagt bleibt und auch Dinge wie eine Abgabe an Touristen wie in den Niederlanden nicht geplant sind. Was meinst du, was ist da der Grund dafür? Gute Frage. Also, wir analysieren ja Cannabis und ich habe das sehr genau beobachtet und habe diesen ganzen Hype natürlich mitbekommen und wir betrachten das Ganze ja charttechnisch. Wir blenden jetzt gerade auch mal den Chart von Canopy Growth ein. Dort hatten wir eine Zielzone gesetzt, einen Trendwendebereich, der ist getroffen worden und das war vor der Legalisierung. Das heißt, die Aufwärtsbewegung von Canopy, Canopy ist jetzt der, das kanadische Unternehmen, das jetzt sehr stark hochgelaufen ist, hat jetzt in der Spitze, ich meine, von der Trendwende, das war vor circa zwei Wochen, ungefähr, ich meine, es sind 256 Prozent hat die Aktie zugelegt und das kam dann am Tag der Legalisierung, muss man sagen, da kam dann das auch noch verstärkt rein, aber es ist die Tage davor auch schon zweistellig gestiegen. Also, wir würden sagen, das ist nur ein Katalysator-Effekt gewesen. Sprich, der Mensch sucht sich ein Event, um das nachher logisch zu begründen, aber wie man begründen möchte, dass ein kanadisches Cannabis-Unternehmen, welches rein für den gewerblichen Vertrieb dieses Cannabis herstellt, plötzlich durch eine deutsche Gesetzesentscheidung, die das gar nicht beinhaltet, so massiv nach oben steigt, macht für mich keinen Sinn. Ich glaube einfach, dass grundsätzlich am Cannabis-Markt der Boden gefunden ist, der zyklische Boden und wir jetzt wieder hochziehen und das kam halt, wenn du so möchtest, ungefähr mit dem Zeitpunkt der deutschen Legalisierung überein. Ich finde es interessant, weil dem Krypto-Raum wird oft immer vorgeworfen, die ganzen Altcoins, wo ich auch hinterstehen würde, haben gar keinen Mehrwert, sondern pumpen, also steigen im Kurs nur wegen des Narrativs. Und jetzt sieht man hier, wie das einen ganzen Sektor im traditionellen Marktbereich, Aktien, Cannabis-Aktien, auch mit hochzieht, wo eigentlich nur das Narrativ in irgendeiner Weise optimistischer geformt werden kann, wo kein fundamental, oh, da ist jetzt ein neuer Markt, Absatzmarkt, gesetzlich, jetzt deswegen pumpt er oder die Spekulation darauf geht, dass dieser neue Absatzmarkt zustande kommt in Sachen Gesetzesformung. Das Gesetz kommt bald, jetzt die Aktie steigt da zweistellig prozentual, sondern es ist einfach nur das Narrativ und Hype-Potenzial und dann eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil viele Augen drauf gerichtet sind. Ähnlich wie im Kryptomarkt. Kann man sagen, ja. Und ich würde sagen, der Hype ist, wenn ich das vergleichen kann, jetzt, da wir ja Altcoins analysieren und Cannabis, es ist unglaublich, was da die letzten Wochen abgegangen ist. Also die Leute sind da, springen da voll drauf ein, auf die Geschichte. Ich meine, die Aktien sind ja auch hochgegangen. Wenn auch, Cannabis ist jetzt so ein Beispiel, das halt extrem gestiegen ist, die anderen aber jetzt noch nicht so. Nehmen wir die Deutschen hin, Biotic SE oder so, die sind zwar schön, 60, 70 Prozent, das ist vielleicht auch, wie soll ich sagen, angemessener der ganzen Sache gegenüber, weil nochmal, diese Unternehmen per se haben dadurch keinen höheren Absatzmarkt. Diese ganzen Vereine, die dürfen ja dort in diesen Vereinen noch nicht mal, die dürfen dort noch nicht mal konsumieren. Wir lesen es hier gerade mal vor. Es gibt zwei Möglichkeiten, in der Zukunft legal an Cannabis heranzukommen. Zum einen können Erwachsene selbst anbauen, drei Pflanzen, und zum anderen eben in diesen Vereinen. Diese Örtlichkeiten, die sogenannten Cannabis-Clubs, dort ist der Konsum selber nicht erlaubt. Auch in der Nähe von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Spielplätzen ist der Konsum verboten. Es muss ein Abstand von mehr als 100 Metern von dem Eingangsbereich der jeweiligen Einrichtung eingehalten werden. In Fußgängerzonen ist das Kiffen tagsüber ebenfalls nicht erlaubt. Nur zwischen 20 und 7 Uhr oder 27 und 20 Uhr, das finde ich ja schon wieder, Das ist bürokratisch. Das ist so geil deutsch. Ein Albtraum bürokratisch. Wie will man das umsetzen? Welcome to Germany, sage ich dir. Das sind wieder so Verbote und Bürokratieregeln, die eingeführt werden, wo dir an sich jedes Kind sagen wird, das, das behaupte ich jetzt, kann nicht funktionieren. Und es wird nicht funktionieren. Die Leute haben doch jetzt schon drauf geschissen, an vielen Schulen, da wurde auf den Schulhof gekifft. Machen wir uns doch nichts vor. Da wurde teilweise in leeren Klassenzimmern gekifft, in einer Ecke, wo sie Platz hatten. Und jetzt, wo es natürlich noch viel mehr verfügbar wird, jetzt sollen sie es plötzlich mit Abstand vor den Schulen machen. Das wird so, glaube ich, das ist so nicht umzusetzen, auch mit den Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Also da können wir ja gerne, in Zukunft kann ich ja gerne mal einen Erfahrungsbericht dann machen, Kian, wenn ich mal es mir wieder gönnen sollte, durch eine deutsche Fußgängerzone mittags zu laufen, falls ich die Zeit mal dazu habe, ob es da nicht dann massiv nach Gras stimmt. Ja, Philipp, sag mir da gerne Bescheid. Auch ich zweifle daran. Ich muss sagen, man kann ja den guten Willen irgendwo erkennen, nicht in der Nähe von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ich verstehe zwar nicht, was der Sinn von den Cannabis-Social Clubs ist, die Benennung von dem ganzen Social Club, aber dort darfst du dann nicht sozial konsumieren, sondern du bekommst es nur von dem Social Club. Auch dieses tagsüber 20 bis 7 Uhr. Ich glaube, was der Staat hier hätte machen sollen, wenn es ihm tatsächlich wichtig ist und wenn er sagt, gut, der Konsum darf legal passieren, aber er sollte nicht öffentlich passieren, es sollten keine Kinder möglichst beeinflusst werden, dann hätte man doch einfach sagen können, es ist nur innerhalb von geschlossenen Einrichtungen, wie deinem Zuhause oder eben vielleicht so einem Cannabis-Social Club, wenn es wie in der Niederlande irgendwelche Cafés gäbe, dort dann erlaubt. Also gar nicht in den Fußgängerzonen und nicht Zeitbegrenzungen und Abstandsbegrenzungen, weil so etwas, wie soll man das einhalten, das ist dann einfach Schwachsinn. Ja, sehe ich genauso, aber schau mal, also wir wissen ja eins, es gibt ja gewisse Wahrheiten. Erstens, dass in Deutschland Gesetze gemacht werden und mit einem Fetisch, einer regelrechten Geilheit auf möglichst hohen bürokratischen Aufwand, möglichst kompliziert, das ist bekannt und logischerweise haben sie es jetzt hier wieder auch gemacht und es ist teilweise, teilweise sinnbefreit. Grundsätzlich kann ich verstehen, dass das jetzt durchgesetzt wurde, weil wir haben ja gesehen, beispielsweise am Görlitzer Park in Berlin, wo der Rechtsstaat ja gar nichts mehr durchgesetzt hat. da haben sie gedealt, die haben die Dealer gesehen, die Polizei stand hier, die stand da. Ich habe das vor Jahren mal vor dem Berghain erlebt, also der Diskothek in Berlin, da standen die Polizisten 20 Meter da drüben und der Dealer, der den Unterschied, also auch harte Drogen angeboten hat, den Leuten, der lief da, der Reihe entlang hat die Leute, also wirklich wie so ein, wie so ein Bauchladen, hat den Leuten das angeboten, die Polizei stand 20 Meter neben, war scheißegal. In Berlin haben sie sowieso viel schon aufgegeben. Deswegen, ich kann verstehen, so gewisse Themen zu entkriminalisieren, damit du irgendwie eine Entspannung reinkriegst oder, sage ich mal hart gesagt, auch wenn du es schon sowieso gar nichts mehr machst und dort komplett versagst und der Rechtsstaat nicht mehr durchgesetzt werden kann, dann sagen sie sich, okay, dann machen wir es lieber legal, dann fließt das vielleicht auch nicht mehr in die Kriminalitätsstatistik mit ein. Also es sieht nachher für uns besser aus, wir haben also weniger Kriminalität, weil wir es halt einfach legal gemacht haben. Also wenn du beispielsweise, jetzt mal ganz hart gesagt, wenn du beispielsweise sagst, fuck, wir haben so viele Einbrüche, das nimmt total überhand und wir kriegen es nicht unter Kontrolle, ja lass es uns doch einfach legal machen, dann fließt es nicht mehr in die Kriminalitätsstatistik mit ein. Also dieses Beispiel meine ich dort. Das ist natürlich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, in den letzten Jahren, die Drogentoten haben immer weiter zugenommen. Das ist ja auch das und da muss man sagen, da stimme ich einem Herrn Lauterbach und ich stimme diesem Mann an sich nicht zu, schon in gewisser Weise zu. Er hat hier auch gepostet auf Twitter, Professor Karl Lauterbach, der Kampf hat sich gelohnt, Legalisierung von Cannabis kommt schon Ostermontag, also heute. Bitte geht verantwortungsvoll mit der neuen Möglichkeit um. Helft beim Schutz von Kindern und Jugendlichen für den Schwarzmarkt, ist das heute hoffentlich der Anfang vom Ende. Glaube ich, dass das der Anfang vom Ende ist des Schwarzmarktes? Nein, absolut nicht. Warum? Nehmen wir uns die Niederlande als Beispiel. In den Niederlanden gibt es nach wie vor, trotz der ganzen Coffeeshops, trotz der ganzen Marken, die dort tonnenweise Cannabis produzieren, gibt es trotzdem einen blühenden Schwarzmarkt. Also wenn wir uns das Beispiel der Niederlande einfach mal vornehmen würden, dort können wir sehen, und die machen das nicht erst seit fünf Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten sind die noch deutlich liberaler, als wir es jetzt nach diesem Gesetz sind. Und es gibt dort, lauf mal irgendwo an der Kracht entlang in Amsterdam, 200 Meter, da wirst du dreimal von irgendwelchen Straßendealern angequatscht, die dir auch Cannabis verkaufen, obwohl du 20 Meter weiter rechts dann in den Coffeeshop reinlaufen kannst. Also diese Logik per se hier wieder vom Lauterbach, dass jetzt dem Schwarzmarkt, der harte Zeiten werden dem entgegentreten, das sehe ich so nicht, weil die Bestimmungen sind trotzdem schwierig. Melde dich erstmal an für so einen Cannabis-Club, den Social Club, da musst du durch einige bürokratische Hürden durchgehen, dann musst du dorthin marschieren, musst du dein Zeug abholen, wenn du aber wie viele Leute einfach mal am Wochenende Bock hast, einen Joint zu rauchen, ja, zu was greifst du denn bitte wieder zurück? Zum sogenannten Dealer, der dir das dann wahrscheinlich heutzutage, weil dann, behaupte ich jetzt mal, da auch viel Schwund sein wird, bei diesen Social Clubs, wo einfach insgesamt mehr Masse ins Land reinkommt, die leichter drankommen werden. Also ja, diese Thematik, dass es dem Schwarzmarkt jetzt schlechter geht, die sehe ich so nicht. Also ich würde erwarten, dass in Ortenwiener Niederlande auf jeden Fall der Schwarzmarkt dadurch, dass es diese Coffeeshops gibt, deutlich mehr Konkurrenz hat. Wenn du jetzt aber hier diese Social Clubs, so wie ich das Ganze verstanden habe, musst du dich bewerben. Das Ganze ist auch noch nicht geöffnet. Das heißt, die Infrastruktur dafür ist noch gar nicht richtig gegeben. Es ist jetzt aber schon legal. Und so wie ich das auch mitbekommen habe, ist dem Bundesgesundheitsministerium am Anfang jetzt die Herkunft, wenn sie dich quasi ab jetzt mit 25 Gramm Cannabis erwischen, irrelevant, weil sie die nicht nachweisen können. Das heißt, wer wird jetzt am Anfang davon profitieren? Die Schwarzhändler, weil dieser Moment des Dealens, das ist ja, das sind ja im Vergleich zu dem Moment, in dem man das besitzt und konsumiert, wenige Minuten maximal. Dann fährt man damit vielleicht durch die Stadt zu sich nach Hause und hat es dann zu Hause. Das heißt, ich glaube, das wird tatsächlich das Gegenteil jetzt erstmal verursachen und dafür sorgen, dass viele Leute sich jetzt bei ihrem Dealer wahrscheinlich melden werden, weil es gibt ja noch keinen richtigen Weg. Du kannst dir die Samen aus dem Ausland legal bestellen, aber das Cannabis an sich noch nicht. Die Social Clubs, die geben dir das dann aus, aber so richtig die Infrastruktur gegeben ist auch noch nicht. Also ja, wer profitiert am Ende? Der Schwarzmarkt. Und das ist auch entgegen dem Zweck, was das Bundesgesundheitsministerium verlautbart hat. Ich zitiere und lese mal vor. Nach Ansicht der Bundesregierung stößt die bisherige Drogenpolitik zum Cannabiskonsum an Grenzen. Cannabis wird trotz des Verbrauchts Verbots von Erwerb und Besitz vielerorts konsumiert und der Konsum hat in den letzten Jahren zugenommen. Der Konsum von Cannabis, welches vom Schwarzmarkt bezogen wird, ist häufig mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko verbunden, da der THC-Gehalt unbekannt ist und giftige Beimengungen, Verunreinigungen sowie synthetische Cannabinoide enthalten sein können, deren Wirkstärke von den Konsumenten nicht abgeschätzt werden kann. Das stimmt erstmal so, würde ich auch grundsätzlich so bestätigen. Dann, das Gesetz zielt darauf ab, zu einem verbesserten Gesundheitsschutz beizutragen, die Cannabis-bezogene Aufklärung und Prävention zu stärken, die organisierte Drogenkriminalität einzudämmen, sowie den Kinder- und Jugendschutz zu stärken. Zum Schutz von Konsumenten soll die Qualität von Konsumcannabis kontrolliert und die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert werden. Anreize zur Ausweitung des Cannabiskonsums sollten nicht geschaffen werden. Ich meine, alles gut gemeint, schau mal, Kian, vielleicht lass uns doch mal positiv, oder lass uns doch mal von unserer eigenen Ansicht das Ganze erläutern, weil wie die es gemeint haben, wie sie es nachher wieder darstellen, es mag andere Gründe haben oder die Gründe, die du gerade vorgelesen hast, es mag vielleicht auch positive Gründe haben und es ist wieder verschlimmbessert worden, wie es ja gerne bei uns gemacht wird. Gehen wir mal so eine Sache Pro und Contra durch. Pro sehe ich definitiv Freiheit für die Bevölkerung, selbst zu entscheiden. Ich bin ein libertärer Mensch. Ich meine, dass die Bevölkerung, der Mensch per se, das Individuum selbst über viel mehr entscheiden sollte, was sein eigenes Leben angeht, als dass der Staat als Big Brother auftritt und einen diktiert, wie man zu leben hat. Was richtig und was falsch ist. Was soll ich einem erwachsenen Menschen, der Entscheidungen für sein Leben trifft, was soll ich dem diktieren, was er konsumieren darf und was nicht. Darüber darf man sich mal Gedanken machen. Insofern finde ich das, insofern man keine Dritten zu Schaden kommen lässt, finde ich das begrüßenswert, dass der Konsum nun in dem Sinne entkriminalisiert wurde. Man muss sagen, der Konsum war in Deutschland davor schon entkriminalisiert. Also der Konsum war nicht verboten, sondern der Erwerb und der Besitz war verboten. Also auch wieder so eine Sache, du konntest es quasi aus der Luft atmen, aber du dürftest es nicht besitzen. Jetzt ist der Besitz erlaubt. Dadurch eine Entkriminalisierung auch von Menschen, die das dringend vielleicht für den persönlichen Bedarf brauchen, aus unterschiedlichsten Gründen, um irgendeine Krankheit zu bekämpfen, um sich eine Linderung zu verschaffen. Dann gibt es höhere Steuereinnahmen. Wir haben zwar jedes Jahr sehr, sehr hohe Steuereinnahmen, jedes Jahr noch höhere, aber wir wissen ja, der Staat ist durstig. Er braucht dieses Geld, weil wir müssen ja auch Millionen Menschen alimentieren. Wir haben viele, viele Möglichkeiten in diesem Land, dieses Geld wieder auszugeben, wenn auch nicht für die eigene Bevölkerung. Das sage ich jetzt mal so ganz kritisch. Staat braucht Steuereinnahmen, er kriegt dadurch Steuereinnahmen. Und was du gerade auch noch genannt hast, Kian, was sehr wichtig ist, eine Regulierung und Qualitätssicherung, weil es ist schon so, wenn das nachher quasi unter in gewisser Weise medizinischen Standards hergestellt wird, geerntet wird und dann genau angegeben wird, okay, diese Cannabis-Sorte, die hat jetzt 10% THC, die hat jetzt von mir aus 15%, das ist eher ein Sativa oder ein Indica. Unterschiedliche Wirkweisen, Indica-Pflanzen machen eher müde, beruhigen eher, Sativa-Pflanzen sind eher aufbauend und dann weiß ich, was ich bekomme und das weiß ich beim Dealer an der Straße normalerweise nicht und dann haben wir noch den letzten Punkt, der auch noch wichtig ist, das würden wir doch mal hoffen, jetzt eine Entlastung der Justiz, unsere Justizsysteme sind massiv überlastet, massiv überlastet und dadurch bekommen wir vielleicht eine gewisse Entlastung her. Wobei die Entlastung erst im Nachgang passiert, jetzt am Anfang hört man ja die Polizei sich beschweren, weil sie jetzt mehr belastet ist, weil sie auf die Vergangenheit schauen müssen, was sie da an Delikten wieder freilassen. Aber ich würde auch grundsätzlich zustimmen, langfristig Entlastung. Ich muss sagen, Philipp, ich glaube, die meisten verstehen nicht, weil das Sucht- oder Gesundheitsrisiko ist zwar da, aber es wird immer mit härteren Drogen oder mit Alkohol verglichen und ich finde, einfach mal persönlich berichtet, wenn du Alkohol konsumierst und du konsumierst zu viel Alkohol, dann hast du ja am nächsten Morgen einen Kater und du merkst, es direkt, unmittelbar. Wenn du Cannabis konsumierst, dann hast du einen ruhigen Abend und bist vielleicht am nächsten Tag etwas müder, aber ich meine, du merkst dein Suchtpotenzial, was sich so langsam aufbaut, weil was passiert eigentlich, wenn man Cannabis konsumiert? Der Stoff THC aktiviert spezielle Rezeptoren im Gehirn. Diese Rezeptoren beeinflussen die Ausschüttung von Dopamin, dem Glückshormon. Das heißt, man kauft sich etwas, was Glückshormone theoretisch in größerem Ausmaß bei sich selbst verursacht. Man erschafft es sich künstlich und so, wie es die meisten Menschen wissen und kennen, die Cannabis konsumiert, vielleicht fühlt sich das in dem Moment gut an, aber danach hat man Antriebslosigkeit, Müdigkeit, wenig Motivation, verfällt vielleicht auch in etwas wie einen depressiven Zustand. Also diese Abhängigkeit von Cannabis kommt, glaube ich, eher dazu zustande, dass Menschen gar nicht verstehen, dass sie durch dieses schnelle Dopamin, was sie sich dann holen und diese sorglose, rücklehnende Haltung dann sehr, sehr viele Einschränkungen in ihrem eigenen Leben erschaffen für die ganz anderen Sektoren in Sachen Beruf, Gesundheit, Sport, Beziehungen, weil sie in dem Moment dann alles gut, Leben ist top, aber gar nicht darauf achten und gar nicht diesen Druck im Hinterkopf haben, ich muss dieses Dopamin vielleicht über einen Weg bekommen, der erstmal ein härterer Weg ist, aber langfristig ein besserer für mich und nicht einfach nur ein kurzer Kick. Das heißt, es setzt langsamer ein, du merkst gar nicht so richtig die Nachteile, die Nebenwirkungen, ehe es vielleicht dann zu spät ist, ehe man vielleicht dann schon sozusagen von der Klippe gefallen ist und jetzt plötzlich sich dort wiederfindet, dass man sein Glück durch Cannabis bezieht und nicht dadurch weiterzukommen im Leben, weiterzukommen in Persönlichkeitsentwicklung, im Beruf, in Beziehung, was auch immer. Ja, das ist ein Argument, schau mal, ich habe mal meine Erfahrungen und ich heiße den Konsum nicht gut per se, das sind nur mal meine Erfahrungen. Ich habe erst mit einem sehr erfolgreichen Architekten zu Mittag gegessen und der sagte mir dann, er hatte vor einem Dreivierteljahr aufgehört zu kiffen, aber er hat davor 40 Jahre lang jeden Tag gekifft, während er ein sehr erfolgreicher Architekt war. Ich möchte jetzt hier entgegenstellen, wenn der Mann 40 Jahre lang jeden Tag einen gesoffen hätte, dann wäre der nicht mehr bei mir beim Mittagessen gesessen, sondern da wäre der am Arsch gewesen, hätte er entweder schon mehrmals in der Entzugsklinik gewesen oder wäre tot. Also die per se, die Gefahr durch Alkohol ist eine deutlich höhere, weil Alkohol ein Zell- und Nervengift ist. Alkohol in hohen Maßen zerstört den Körper viel, viel härter als Cannabis. Heißt nicht, dass das Cannabis jetzt irgendwie lächerlich ist oder hey, haut es euch rein, ich möchte das nur mal in Verbindung setzen. Ich kenne viele erfolgreiche Menschen, sehr erfolgreiche Menschen, die gleichzeitig recht lange gekifft haben oder immer noch kiffen. Ich persönlich gehöre nicht dazu, das möchte ich auch sagen. Ich bin keiner von denen, die einen kiffen können und danach noch erfolgreich irgendwie durch den Tag gehen. Und deswegen, ich spreche nicht so wie einer, ich bin überzeugt davon, sondern ich sage ganz klar, wenn ich tagsüber irgendwie was konsumieren würde, ich mache es jetzt schon deutlich über ein Jahr nicht mehr, aber wenn ich das würde, dann wäre ich genauso schlapp, ich wäre die Person, die der Kian beschrieben hat, ich würde chill mal und ja, irgendwie so, aber ich könnte nicht einen Termin nach dem anderen machen, Telefonate machen, das wäre so nicht möglich. Deswegen, ich weiß aber, jetzt werden wir mal ganz blöd, prominente Personen wie Snoop Dogg, ja, Snoop Dogg, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, der sieht jetzt so langsam aus wie ein 80-Jähriger, aber der wird wahrscheinlich so um die 50 sein und Snoop Dogg ist ein hoch erfolgreicher Rapper und der hat über Jahrzehnte sich die Birne weggekifft, ey, der hat ja die zehnfache Menge eines normalen Menschen geraucht, also hier muss man schon aufteilen, es gibt einfach unterschiedliche Menschen, grundsätzlich aber meine ich, dass es mit hohen Gefahren auch verbunden ist, vor allem, wenn man sich in der Entwicklung befindet, dass wenn man noch im Wachstum ist, wenn man noch kein gestandener Mensch ist und dann schon sagt, ich verdränge irgendetwas, indem ich Cannabis konsumiere, dann ist das definitiv eine hohe Gefahr, eine negative Auswirkung und mal davon abgesehen, Kian, jetzt was Deutschland angeht, wenn die Leute jetzt in Zukunft kiffen und sich danach ins Auto begeben, dann ist das ja auch eine klare Gefahr für die Verkehrssicherheit, das ist auch die beim Alkohol so, ja, wenn die Leute bis auf ein Auto fahren, deswegen steht das auch so stark unter Strafe, aber beim Cannabiskonsum kann ich mir das auch als potenzielle Gefahr vorstellen. Ich glaube, das größte Problem mit Cannabis ist, dass die meisten, die es konsumieren, nicht ehrlich mit sich sind, weil es gibt wenige Personen, die das in zwei Punkten erstens für sich selber vernünftigem Ausmaß nutzen können, um dann beispielsweise kreativer zu sein in seinem Beruf, keinen negativen Einfluss auf den Schlaf zu haben, nicht Gewicht zuzunehmen, übermäßig als das man es möchte, also für sich effektiv ausnutzen können, da gibt es ganz wenige Leute und dann gibt es ganz wenige Leute, die das in dem Ausmaß verwenden, das heißt, nicht um irgendetwas zu verdrängen, nicht um vielleicht eine schlechte negative Situation zu verdrängen oder Dopamine zu kriegen, wenn sie sie eigentlich nicht kriegen würden, sondern wirklich in einem positiven Zustand, vielleicht auch nur ganz gelegentlich, viel seltener als das Ausmaß, in dem es dann schon eine Sucht ist. Das heißt, die meisten sind nicht ehrlich zu sich selber. Die wenigsten, die das dann hinbekommen und die das dann für sich selber positiv nutzen können, machen aber dann nicht die Regel aus, sondern das sind dann eher die Ausnahmen, finde ich. Da muss aber jeder für sich selber entscheiden und sollte vielleicht einfach zum Thema Cannabis einfach mal reflektieren, was mit einem passiert, selber, persönlich, ob das wirklich mehr positive Effekte langfristig für einen hat, der Konsum, als negative. Und die Arbeit, die kann ich dir nicht abnehmen, die muss jeder für sich selber machen und auch selber einfach mal reflektieren, einfach mal schauen, bin ich dadurch antriebsloser, habe ich dadurch viele Dinge nicht erreicht oder gemacht oder überhaupt die Motivation gefunden, anzufangen, Disziplin gehabt zu machen, weil ich immer meinen Zufluchtsort Cannabis hatte, ah, alles ist gut, die Welt ist schön, wenn ich das Ganze rauche und so schädlich ist es für meinen Körper nicht, da muss sich jeder selber die Gedanken machen. Ich finde, da gibt es auch noch mal einen interessanten Verweis hierzu zum Thema Alkohol und Tabak, um das mal ein bisschen in den Vergleich zu setzen. Bei Tabak aktuell rauchen etwa 23% aller Erwachsenen, was ich unglaublich, für unglaublich viel halte, das hätte ich so nicht gedacht, 23% der Erwachsenen, die Dunkelziffer einschließlich der Minderjährigen dürfte höher liegen. Bei Alkohol, Zitat, 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Ein problematischer Alkoholkonsum liegt bei etwa 9 Millionen Personen dieser Altersgruppe vor. Das ist, ja, da sieht man wieder und das soll jetzt gar nicht Cannabis irgendwie verharmlosen. Ich sage nur, das ist ja eine legale Geschichte und da sagen die Leute, ja, ist ja legal und das ist bei uns stoßet an und bei uns Deutschen sowieso, wenn man das historisch sieht, das Bier trinkende Volk, so ist es ja, man denkt bei den Iren an so die Whisky trinkenden Iren und bei den Deutschen, wenn du Ausländer fragst, was machen die Deutschen Oktoberfest, die trinken Bier. Also es ist schon ein sehr geschichtlicher Hintergrund mit Alkoholkonsum, der durchaus bedenklich ist, weil wenn man es auf die ganze Bevölkerung sieht, auch die Effektivität herunternimmt und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade den jungen Leuten heute mitgeben möchte. Wenn man diese scheißegal, Hauptsache ich kann kiffen und chillen Einstellung hat und die haben einige Leute heute, in der jetzigen Zeit mit den ganzen Problemen, die wir als Gesellschaft haben, die wir zu bewältigen haben, die damit das Individuum auch zu bewältigen hat. Wir haben viele wirtschaftliche Probleme, wir werden noch viel mehr wirtschaftliche Probleme in der Zukunft bekommen, dafür sorgt gerade die Politik und die Menschen, die sie gewählt haben. Das heißt, wir haben Kriege auf der Welt, wir haben eine hohe Inflation, wir haben Gesellschaftsthemen, die problematisch sind, wir haben eine Bevölkerung, die viele Probleme durchmacht, ich könnte so und so, ich könnte weiter und weiter und weiter machen, wir haben, was energiepolitische Themen angeht, also ganz viele Themen, wo viele Menschen heutzutage hoffnungslos sind, was sie eher zum Kiffen treibt. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um sich zu betäuben. Jetzt ist das Gegenteil gefragt. Wenn du also nur noch kiffen und chillen willst, dann wirst du deine Zukunft verspielen in einer Zeit, wo du den Grundstein für deine Zukunft legen solltest. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, gerade jetzt nicht der Kifferei, der Säuferei oder auch dem Tabakkonsum zu verfallen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so ein Rauschmittel ist. Es ist sehr, sehr schädlich für deinen Organismus und du solltest gerade jetzt darauf achten, das ist ja das, was Kian und wir immer wieder sagen, Routinen einführen, der Körper ist dein Tempel, ernähre dich gesund, ernähre dich so, dass du möglichst viel Energie hast und vermeide Dinge, die dir nachher deine Energie rausziehen und das ist eben, wenn du ständig nur mit einem Joint da sitzt und dir einen reinkiffst, dann wirst du deine Leistungsfähigkeit und deine Energie deutlich nach unten ziehen und dann wirst du weniger Chancen haben, im Leben deine Ziele zu erreichen. Absolut. Viele ziehen da ja den Vergleich zum Ausdruck Brot und Spiele aus dem Römischen Reich. Da geht es um die Vorstellung, dass die Römer mit günstiger Getreideversorgung, also Nahrung und unterhaltsamen Veranstaltungen, also Spiele, dann zufriedengestellt sind und abgelenkt sind von all den Problemen, die das Römische Reich dann im Verfall hatte. Das ist auch etwas, das muss man dann eben anerkennen. Jemand, der bekifft ist, der erkennt Probleme, die ihn betreffen, die vielleicht auch sein Umfeld betreffen. Deutlich, deutlich schlechter ist auch weniger fähig, diese zu begreifen, überhaupt zu analysieren und dann am Ende zu handeln. Im Grunde genommen dann eine leichtere Beute für den Feind. Ja, oder eben für die, die kontrollieren. Und wenn ich bekifftes Volk habe, das eben dadurch auch noch mehr gelähmt ist und wir sind ja so schon gelähmt, wir sind jetzt nicht gerade als Revolutzer Volk bekannt, schauen wir uns nur die Bauernproteste in Belgien oder in Frankreich an, was die Gelbwestenproteste, was dort abgegangen ist, in der Vehemenz, in der die sich aufgelehnt haben gegen die Obrigkeit und dann bei uns, wir haben uns wieder gegenseitig fertig gemacht und dann waren es sofort wieder irgendwelche Rechtsradikalen, die unterwandert werden und jetzt redet keiner mehr über die Bauernproteste. Wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass wir mal nur diese Vorstellung, dass wir jetzt alle bekifft sind und dann alle noch, hey, chill dich mal, wird doch alles gut. Das ist natürlich nochmal die gesteigerte Vorstellung von dem und dann kannst du mit uns machen, wenn du so willst, was du willst. Deswegen auch hier bleibt lieber bei klarem Verstand. Ich kann das nur ganz klar mitgeben und nicht als jemand, der diese Erfahrung noch nie gemacht hat, sondern ich habe selber schon gekifft. Ich weiß, wie das ist. Ich kann das für und wieder abwägen und ich kann aus meiner heutigen Erfahrung dazu sagen, wenn du Ziele erreichen willst, wenn du dir hohe Ziele steckst, du willst woanders hin, als du jetzt bist, du willst eine andere Realität schaffen, dann betäube deine Sinne nicht mit irgendwelchen externen Faktoren, sondern wenn du dann schon einen Rausch haben willst, dann berausche dich am Erreichen deiner eigenen Ziele, berausche dich an deinem eigenen Erfolg, nicht indem du dir eine Nase ziehst, einen kiffst oder Alkohol reinhaust. Das ist ganz wichtig. Viele verstehen nicht, dass der größte Feind des Fortschritts wirklich nicht nur auf die Karriere bezogen, sondern persönlich auch, auf persönliche Beziehungen, Persönlichkeitsentwicklung, ein gesünderes Leben, ein zu bequemes Leben ist. Alles, was zu bequem ist, ein Frieden, bei der sich auf der Oberfläche nichts regt, ist etwas, was einem einmal im Geist die Schärfe nimmt, die Neugier nimmt, den Drang nimmt, Neues zu erkunden und den Verstand betäubt. Zu viel Komfort betäubt den Verstand, lullt ihn in Sicherheit ein und hält ihn davon ab, seine wahren Potenziale zu entfalten. Und das ist das, was man mit Cannabis versucht. Hier geht es zwar eher auf Kritik, auf den Konsum ein, ich würde mich auch eher, was das Gesetz angeht, dafür breitschlagen, okay, das Ganze zu legalisieren, wird vermutlich mehr Vorteile als Nachteile haben, aber der Konsum an sich ist etwas, ich persönlich habe noch nie in meinem Leben Cannabis konsumiert. Ich habe es mitbekommen, immer von all meinen Freunden und es gab ganz, ganz wenige Ausnahmen, bei denen ich als Außenstehender sagen könnte, bei denen hatte das keinen negativen Einfluss auf ihre Lebensentwicklung. Bei den meisten anderen, die viel Cannabis konsumiert haben, die sitzen irgendwo fest, wissen nicht warum und jedes Mal, wenn es zu hart wird, greifen sie zum Cannabis, um es zu verdrängen. Das heißt, sie kommen gar nicht in diese Situation, in der das Leben wirklich schwer wird, was dann für Fortschritt sorgt. Das Verlassen der Komfortzone und dann darüber hinaus die Person dazu zwingt, zu lernen und zu wachsen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch abschließend ein kleines Essay, ein Gedankengang, den ich vorlesen möchte und dann kann sich das jeder mal selber Gedanken machen. Nehmt euch eine Minute Zeit, denkt selber darüber nach. Eine gesunde, wachsame, handlungsfähige, scharfsinnige, intelligente, motivierte und disziplinierte Bevölkerung ist die Grundlage für eine prosperierende und erfolgreiche Nation. Vor allem in einer Zeit, in der diese Nation sich mit mehr Herausforderungen und Problemen denn je konfrontiert sieht. Und jetzt stellen wir uns die Frage, würde eine Regierung, die Interesse an einer solchen Bevölkerung hat, eine Droge legalisieren, die genau diese Eigenschaften in den Menschen zerstört? Ich würde jetzt hier das nicht zu hart nehmen und sagen, es zerstört es, aber es nimmt die Energie des Menschen, handlungsfähig zu sein, scharfsinnig zu sein, schnell zu sein, motiviert zu sein, diese schränkt es auf jeden Fall ein. Und das ist schon das Timing aktuell, dass man jetzt, wo wir diese ganzen Probleme im Land haben, gerade sagt, jetzt lasst uns alle mal kiffen gehen, Freunde. Los, wir entkriminalisieren es. Das finde ich selbst auch, wo ich sagen muss, das Timing finde ich merkwürdig. Ja, abschließend lässt sich also sagen, Hanf an sich kann Vorteile mit sich bringen, wenn man es intelligent und weise nutzt. Die meisten sind aber unehrlich mit sich selbst. Die meisten nutzen es, um etwas zu verdrängen. Die meisten fangen sich in einer Situation, in der sie gar nicht verstehen, wie süchtig oder abhängig sie davon sind. Und die meisten Nebenwirkungen, die schlimmen Nebenwirkungen, wie Psychosen beispielsweise, die bauen sich ja über lange Zeit auf. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem, meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, besser, wenn es in einem regulierten Ausmaß passiert, wo du mindestens die Möglichkeit hast, diesen Stoff legal zu beschaffen und dir sicher bist, was sich da drin befindet und nicht noch die ganzen anderen negativen Folgen hast, dass du dich in einem kriminellen Umfeld treibst, dass du potenziell mit einem Dealer Umgang hast, der dir vielleicht noch mal zu viel härteren, schlimmeren Drogen verhält, sondern du hast diesen potenziell legalen Weg, finde ich grundsätzlich besser. Ob dieses Gesetz jetzt bürokratisch so sinnvoll umgesetzt wurde, für das, was als Zweck vernannt wurde, das ist wieder eine andere Frage, aber ja, insgesamt sollte sich jeder selber mit seiner eigenen Person, ob er es konsumiert, beschäftigen und reflektieren. Hat das positiven Einfluss auf mich oder vielleicht einen negativen? Und ja, das ist mein Fazit. Ja, sehe ich genauso, Kian, jeder soll wissen, was er macht, deswegen Legalisierung per se, Leute, trefft eure eigenen Entscheidungen, wir sind alle verantwortlich, eigenverantwortlich für unsere Zukunft, überlegt euch, was sind die Konsequenzen und wenn ihr euch ein Vorbild nehmen wollt, macht es nicht an mir, sondern macht es in dem Fall am Kian, der es noch nie genommen hat, der sehr, sehr erfolgreich ist, in jungen Jahren, in den Jahren, wo ich noch teilweise sehr, wenn du so willst, teilweise auch bekifft rumgelaufen bin und der sich die Zeit genommen hat, in Klarheit, klare Entscheidungen zu treffen, deswegen seid klug und fasst es am besten gar nicht an. Das wäre mein Endfazit. So, es hat Spaß gemacht, euch allen noch einen schönen restlichen Ostermontag und bis bald wieder. Danke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.